Das 11.Türchen ist heute an der Reihe dieses Schönen Matchdecks Adventskalenders 18-19. Das 11.Türchen befindet sich hier unten in einem Weißgehalten. Wie gesagt, gestern war ja wirklich ein geiles Türchen drin. Also zwei geile Gärtchen in dem 10.Türchen. Das war echt cool, hab ich echt gefreut. Und auf jeden Fall das 11.Türchen werden wir jetzt mal zusammen öffnen. Und der Kalender wird sich unterleert und klärt sich. Das 11.Türchen ist am Start. Und es ist wieder eine Bundesliga-Mindkarte enthalten. So, zack zack zack. Morgen ist der 12.Türchen. No, no, no. Gut, da haben wir eine Puzzle-Karte von dieser ersten Seite. Nämlich von der Meisterschale. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch brauche. Wie kann man noch sehen? 2021. Bayern, Bayern, Bayern. Bayern, Bayern, Bayern. Ja. Hier ist gefühlt nur Bayern. Gefühlt nur Bayern. Einmal Dortmund. Ja. Gut. Und die Bundesliga-Mindkarte ist hier von Werder Bremen. Fokus. Fokus. Ja. Auf jeden Fall ist es... Wie heißt der? Milut Rashika. Milut Rashika von Werder Bremen. Bundesliga. Wo... Mindcut. Auf jeden Fall werde ich... Am 24.Dezember werde ich nochmal einen Rückblick machen. nochmal die ganzen Kärtchen zeigen, die drin waren in den Adventskalender. Ich werde auf jeden Fall das 24. Türchen öffnen. Und dann halt dazu... Ja. Also danach... Dann hier hoch gehen. Und auf jeden Fall die ganzen einzelnen Karten so zeigen. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Gut. Auf jeden Fall das 11. Türchen ist am Start. Das 12. ist morgen auch hier am Start. Das 12. In den Blau gehalten. Heute war es ja in Weiß. Das ist immer so ein cooles Farbenspiel. Haha. Ich werde auf jeden Fall raus und sage bis morgen. Stei Wurke. Si.